Da. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das muss wehgetan haben. Das muss wehgetan haben. Aber da bringt uns auch nichts mehr. Schreitet wohl. Ja, machen wir. Aber, ich möchte mal gucken. Ja. Hey. Ach. Ach, Mann. Wieso greift die mich direkt an? Oh, geil. Hey. Super. Jetzt gehen alle... Was ist denn jetzt da los? Haha. Nein. Hallo. Ich möchte doch nicht gegen euch kämpfen. Oh, was? Was wollt ihr? Das heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsternes. Neu laden. Sonnentempel. Ja, super. Gut, dass es Autosave gibt. Gut, dass es Autosave gibt. Ich möchte zu ihr. Was wollt ihr? Ich möchte zu ihr. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Natürlich ziehe ich mir das richtige Ding an. Z-Gegenstand. So. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Alles in Ordnung. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Jagdboden. Runenkriegs. Runen. Silberschwerter. Den Runendolsch. Das habe ich alles weg. Dann alte Vagabund. Die Diebeskapuze. Und der Inset-Gegenstand. Das kommt weg. So. Gift. Feuergift. Feuerfrostgift. Genesungstrank. Gift der Magielösung. Oh. Lebensflustank. Wollte ich eigentlich nichts weglegen. Aber egal. Gut, gut. Und das ist alles in Ordnung. Schreitet wohl. So. Zum nächsten. Ah nein. Ich wollte noch gucken, ob ich... Ob ich meine Sachen verbessern kann. Komm. Noch mal zurück. So. Assassin-Karpuzze. Assassin-Karpuzze. So ist das eben. Ahoy. Was kann die jetzt tatsächlich verbessern? Das ist noch nicht gut genug. Das darf ich nicht vergessen. Ich glaube, man muss sich die Sachen vorher ausziehen. Objekte. Hey. Ja. Ne Ne, ne, ne Gut Zack Hallo Entropierung Schürferheit Da hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Ende man am Pickel Mal fast zum Groß Ja Hm, was wollt ihr? Ich hab hier noch Eisenschwerter Achso, den kann ich erschaffen Aha, so Hm, was wollt ihr? Ja, ne, möchte ich nicht Ich möchte Aus So Ab zu den Leuten Muss denn ja die Pilze geben So Äh Hallo Hallo Schreitet wohl Bei Malfas Die Frage mag etwas eigentümlich erscheinen, aber Hattet ihr die Möglichkeit, etwas von ihnen zu bergen? Verdammt Ich werde sobald wie möglich eine Taube zum Bund schicken und sie informieren Und was? Hm Das ist Schlamm-Elementar rufen Ha Geil Erst einmal Erst einmal werden wir ihnen sichere Verwahrung geben Ein besonderes Behältnis, das verhindert, dass seine Spuren in irgendeiner Art und Weise Schaden anrichten können Dann sehen wir weiter Aber vermutlich wäre es das sicherste, ihn zu verbrennen Wir werden sehen Ich danke euch Schreitet wohl Und möge euer Weg stets eben sein So Äh Euer Wissensdurst in Zusammenge... Nein, nein, nein Wenn ihr euch für unsere Geschichte interessiert, dann lest am besten ein Buch Natürlich So Das kann man nicht ihnen geben, was er unbedingt braucht Achja, ich habe ja noch meine Wattüren holen Frostwind Götterschild Schlamm-Elementar rufen Ja, wieso nicht Und Ein mächtiger Seelenstein Gefüllt Ich müsste mal Ha Hallo Natürlich So Was hast du mir uns noch zu bieten? Äh Ne, ne, ne Obwohl, was kosten die 51? Ja, okay Ähm Entropie und Lichtmagie baue ich, glaube ich, nochmal Hast du vielleicht Hammervogel? Ahja So ganz zufällig Nein Okay Ähm Was haben wir denn hier noch? Eisenpfeil Eisenpfeil? Okay Librium Bogen In magischen Bogen der Stufe 25 Hoho Feuerball Ne, Feuerball ist nicht so geil Äh Feuerblitz Flammenbiss 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 Frostelementar rufen Geisterwehr Kettenblitz Absorbiert 11 Punkte 6 Punkte 3 Punkte 15 Punkte Hm Magierschutz Schwert Nein Seelenfalle Totenfunke Finterhaut Okay Also hier die Seelenfalle, die wäre vielleicht noch was cooles Und natürlich Ähm Gesellenbuch in Elementarismus So ein paar Natürlich auch einer in Verzauberung So Schreitet wohl Wir haben ja natürlich wieder Objekte So Gesellenbuch Verzauberung Meisterung Handwerkskunst Komm Oder einfach rein So Jetzt haben wir jetzt noch 4 Handwerkspunkte Okay Ordentlich was Jede Menge Lernpunkte noch Und 2 Erinnerungspunkte Ah Schön schön Aber Äh Nein Magie Ich brauche ja jetzt hier Meditation Gut gut Was wollte ich mir Ich hab mir irgendwas ausgesucht Äh Lehrling der dunklen Gedanken Komm machen wir jetzt Und das Elementar Wenn sie doppelt gewirkt werden Ja Feuer und Eis Auflösen Element Naserei Treffen Treffen Ja Komm Haben wir das noch rein Das sieht ganz gut aus Der Baum Schon fertig Stellt fortan Wiederherstellungszauber Stellen fortan Auch nur Aha Steuert Gegen Magie Hm Das ist auch cool So gut Raus mit uns Und ab zur nächsten Mission Nur hoffentlich mal Wieder laden Könntest Eine Komm Die